Wenn Sie gerade von einem früheren Windows-Betriebssystem auf Windows 11 gewechselt haben, dann wird Sie als erstes mal die etwas geänderte Taskleiste anspringen. Da der Mensch ja ein Gewohnheitstier ist, erwartet er natürlich als erstes mal hier vorne links die Windows-Startschaltfläche. Aber nein, stattdessen geht dort ein Menü auf, automatisch nimmt bei einer Bildschirmauflösung von 1280x720, wie ich sie gerade verwende, mal eben drei Viertel des Bildschirms ein und präsentiert einem hier in bester Bildzeitungsmanier jede Menge Schlagzeilen und Sonstiges. Bloß nicht das gewohnte Windows-Menü. Stattdessen befindet sich das Windows-Menü hier in der Mitte nun, vorne vor einem weiteren Teilkomplex, der danach durch das Suchfeld erst mal abgesetzt ist. Das kennen viele aus der Windows-10-Geschichte schon. Die virtuellen Desktops, die man hiermit schalten kann. Der Explorer, fest verankert, genauso wie Microsofts eigener Browser Edge. Ebenso aktuell drin der Microsoft Store. Und eine eigenständige Anwendung nennt sich Microsoft Teams, wo man beispielsweise mit angeschlossenem Mikrofon und Webcam sich wie in Skype früher direkt mit einem Partner oder auch einer Gruppe unterhalten kann, Daten austauschen kann etc. pp. Dann haben wir hier einen Leerraum, der dann theoretisch weiter mit Ihren eigenen Icons gefüllt werden kann. Zum Beispiel Office-Anwendungen oder was Sie halt als Programme gerne direkt anwählbar vor sich haben. Kann man ja in die Taskleiste hineinversetzen. Dann gibt es hier noch so ein komisches kleines Dreieck. Da sind auch noch Dinge verborgen. Wenn man da einmal draufklickt, öffnet sich ein weiteres Untermenü, wo weitere solche Schalterchen zu finden sind. Beispielsweise, wenn Sie einen USB-Stick angeschlossen haben, dann wird er sich hier zeigen, wie andere Geräte auch. Noch zusätzlich gibt es hier nochmal die Microsoft Teams-Geschichte. Dann das Windows-Sicherheitsfenster und empfohlene Maßnahmen. Dieses kleine Dreieck zeigt dann zusätzlich als Badget in dem Icon, dass da noch irgendwas ist. Und bei mir jetzt zum Beispiel die Guest-Editions für die virtuellen Geschichten. Dann folgt hier wieder automatisch standardmäßig die Internetverbindung. Ich habe jetzt ein PC dran. Bei Ihnen kann das natürlich auch eine WLAN-Anzeige sein. Den Audio-Bereich, der bei mir jetzt deaktiviert ist, was ebenfalls hier durch dieses kleine X angezeigt wird. Und die Uhr, nebst den Benachrichtigungen und ganz rechts außen, sofern in den Optionen der Taskleiste geschaltet, die auch schon von mir vorgestellte Desktop-Anzeigenfläche, womit man mal alle Fenster, die geöffnet sind, komplett in die Taskleiste verkleinern kann. Ja, eine Menge Zeug. Und diese Taskleiste kann man nun auch noch individuell einstellen. Dazu klickt man hier mal in dem freien Bereich mit der rechten Maustaste und ruft dann im Kontextmenü den Eintrag Taskleisten-Einstellungen auf. Darauf öffnen sich die Einstellungen in dem Unterpunkt Personalisierungen bereits in der richtigen Rubrik. Und hier kann man eine ganze Menge einstellen. Zum Beispiel das Suchfeld betreffend, wie man es dargestellt haben möchte oder auch, ob man es überhaupt haben möchte. Da gibt es verschiedene Optionen. Hier kann man es etwas kleiner einstellen oder zum Beispiel nur eine Lupe. Dann nimmt es natürlich in der Taskleiste weniger Platz weg. Oder man kann es auch komplett ausblenden, wenn man es nicht benötigt. Denn über das Startmenü hat man ja ebenfalls hier oben, wenn man es öffnet, eine Eingabemöglichkeit, die genau das gleiche tut wie dieses Suchfeld. Ich lasse es jetzt einfach mal bei mir so, wie es standardmäßig ist. Dann kann man die aktiven Anwendungen, die schon angesprochenen virtuellen Desktop-Geschichten, wenn man sie gar nicht benötigt, kann man auch dieses Icon hier ausschalten. Dennoch ist die Funktion aber vorhanden. Das gleiche gilt für die schon angesprochenen Widgets hier drüben. Diese gesamte Schaltfläche mitsamt Inhalt, wenn man das nicht haben möchte, das kann ja durchaus manchmal ein bisschen störend sein, wenn man mit dem Mauszeiger gerade irgendwo rumfummelt und wenn man dann mal wieder gerade über diese Schaltfläche hufert, dann geht das Ding wieder auf. Es kann, wenn man es nicht benötigt, ziemlich nerven. Das kann man auch komplett einfach hier deaktivieren, dann ist es verschwunden. Und dann kann man auch die Taskleiste noch so umstellen, das zeige ich gleich mal. Das findet man hier unten beim Verhalten der Taskleiste, wie die Taskleiste ausgerichtet sein soll. Augenblicklich und standardmäßig ist sie jetzt zentriert angeordnet. Das heißt, die Windows-Startschaltfläche ist mit dem ganzen anderen Komplex immer gemittet in der Taskleiste zentriert. Man kann sie aber auch so einstellen, wie man das früher unter den anderen Windows-Versionen kannte, dass zum Beispiel die Startschaltfläche tatsächlich wie gewünscht vorne links zu suchen ist. Wenn man dennoch dann die Widgets wieder einschaltet, dann befinden sie sich hier im Rest der Anzeige. Also das würde dann eher dem alten Windows-10-Anwender entsprechen. Das kann man ja, wie gesagt, dann ganz individuell für sich entscheiden. Des Weiteren findet man hier noch ein paar Symbole, die man in der Taskleiste hier unten noch separat zusätzlich einblenden könnte. Ein Stiftmenü, das allerdings bei mir jetzt nicht angezeigt wird, weil ich ein solches nicht angeschlossen habe. Aber man könnte auch ein virtuelles Touchpad hier anzeigen, womit man arbeiten könnte, über Klicks mit der Maus, wenn man keine echte Tastatur angeschlossen hat. Und das gleiche gilt für andere Taskleisten-Symbole, die eben hier unter diesem kleinen Extra-Symbol verborgen sind. Die könnte man nun auch ganz explizit hier rauslegen. Und das würde ich als Tipp Ihnen gerne noch mitgeben zum Schluss. Ich würde Ihnen empfehlen, angeschlossene Hardware, beispielsweise USB-Sticks, externe Festplatten etc., dieses kleine Symbol, was ansonsten hier ein bisschen versteckt und untergeht und damit auch in Vergessenheit gerät, empfehlen hier draußen mit beizulegen. Und das findet man unter anderem in der Liste hier unten, Hardware sicher entfernen und Medium auswerfen. Den Schalter würde ich Ihnen empfehlen. Aktivieren Sie ihn, dann sehen Sie dieses Symbol immer gleich vor sich. Und bevor Sie einen USB-Stick vom PC trennen, wenn Sie dort zum Beispiel Daten drauf kopiert haben, dann ziehen Sie den nicht einfach aus dem USB-Slot raus, denn das könnte unter Umständen zu Datenverlust folgen. Melden Sie das Gerät, bevor Sie es abziehen, von Ihrem Computer vorher hier über dieses Symbol ab, indem Sie dort, wenn Sie es sehen, einmal mit der rechten Maustaste draufklicken und dann explizit diesen Befehl hier per Linksklick bestätigen. Dann kriegen Sie auch die Meldung vom Windows Explorer, dass die Hardware jetzt entfernt werden kann. Das ist also wie gesagt notwendig, um Datenverlust bei solchen Aktionen zu verhindern. In diesem Sinne wünsche ich viel Spaß beim Einstellen.